Die meisten Menschen sind immer noch dumm genug, eine Spülung zu benutzen. Diese Lien-Glättungslotion wird Ihr Haar glänzend und geschmeidig machen. Es handelt sich um eine Lien-Spülung. Einfach auftragen, ein paar Sekunden warten und schon ist Ihr Haar glatt und glänzend. Egal, ob Ihr Haar durch Dauerwelle und Färben geschädigt ist oder ob es trocken und graus ist, es ist einfach zu reparieren, Frist zu verbessern und Ihr Haar auf Sternenniveau zu pflegen und sichtbarseidig zu glätten. Nach dem Waschen der Haare einen Hauch von glatt, kein Kamm, Föhnen kann direkt, erfrischend nicht klebrig, haarflauschig und glänzend. Tolles Parfüm-Aroma, sehr guter Geruch. Wenn Sie es oft verwenden, wird Ihr Haar besser und besser, und Ihr Temperament wird mehr geteilt werden, nährt, repariert und schützt Ihr Haar in einem. Verbessern Sie Trockenes und Krauses, so glatt, dass Sie es nicht einmal greifen können. Gutes Haar wirklich braucht man zu erhöhen, vor allem oft Dauergewählt und gefärbt, Haartrocken und Krauses Schwestern, muss diese Leave-In Conditioner versuchen. Es ist wirklich gut, nach der Verwendung für eine Weile, werden Sie feststellen, dass Ihr Haar wird so glatt, dass sie nicht einmal kratzen kann es. Es ist ein Haarpflegeprodukt, das in Salons verwendet wird. Es kann Conditioner und Haarmaske vollständig ersetzen. Tragen Sie es nach jeder Haarwäsche direkt auf die trockenen und krausen Stellen Ihres Haares auf, lassen Sie es einwirken und föhnen Sie es direkt. Eine sanfte Anwendung, ohne Ausspülen und Föhnen. Verbessert Krauses trockenes, verknotetes, splissiges Haar in drei Minuten. Angereichert mit natürlichen Pflanzenextrakten, dringt es schnell in den Haarkern ein, füllt Keratin auf und repariert Schuppen, sicher und nicht reizend, besonders geeignet für Gruppen mit häufigen Dauerwellen und Färbungen und Empfehlungen.